Was ist bei der SUHD-TV-Technologie? Bei der SUHD-TV-Technologie stecken Nanokristalle dahinter. Das heißt, die sorgen für eine höhere Lichtdurchlässigkeit. Das Bild wird also heller. Sie strahlen intensivere Farben aus. Das heißt, ich habe ein brillantes, schönes, intensives Bild. Und sie unterstützen die neuesten Standards, wie zum Beispiel 10-Bit oder HDR. Das brauchen wir alles für die neue UHD-Pluray-Dist zum Beispiel. Mit unseren UHD-TVs, ob UHD oder SUHD, sind sie in der Lage, aktuelle UHD-Inhalte zu empfangen. Zum Beispiel über Video-on-Demand-Dienste. Wir sehen hier immer mehr Anbieter, die Inhalte in UHD anbieten. Wir bringen nächstes Jahr einen UHD-Pluray-Player raus. Das heißt, Bluray-Dist in UHD-Auflösung oder auch über Satellit bekommt man immer mehr Sender auf unseren UHD-TVs. Die ideale Kombination sind unsere SUHD-TVs mit dem Curved-Form-Faktor. Durch die Curved-Bauform des Bildschirms habe ich ein angenehmes Sehen. Ich habe zu allen Bildpunkten den gleichen Abstand und habe eine Tiefendarstellung, die dafür sorgt, dass ich förmlich ins Bildgeschehen hineintauche. Ich habe es durch ein Bildschirmsbeeren, ein Bildschirmsbeeren.